Hallo, hier ist der Basti Fantastik. Schön, dass ihr dabei seid. Jawoll! Herzlich Willkommen! Heute machen wir mal einen kleinen Test, denn ich teste mit euch Gummibiern. Genau, ich habe hier ausgedruckt Haribo Vampire. Ja, in dieser Tüte sind 200g drin. 200g Pore-Latung Gummibiern. Das ist hoher Genuss. Das ist Fruchtgummi mit Lakritz. Der Basti Fantastik mag ja Lakritz und liebt Lakritz und deswegen habe ich mir die Sache ausgesucht. Jawoll! Und ich werde es jetzt mal mit euch. Das knistert so. Das knistert richtig. Lecker! Der Geruch, so fruchtig, so nach leckerer Frucht, nach dieser würzigen Lakritz. Und, ach lecker, probieren wir mal. Schauen wir uns mal an, ja. Ja, ich hole sie mal raus hier. So, jetzt sind wir zwei zusammen. Ja, ich fand die ja, früher gab es ja auch schon mal die Sorten Haribo Vampire und ich fand die, früher waren die noch ein bisschen anders. Finde ich jetzt meinen Geschmacks, ich bin ja schon ein bisschen reifer und erotischer. Aber früher waren die Gummitiere ein bisschen anders. Ein bisschen von der Konsistenz. So einfach so lecker. Einfach irgendwie. So, und wir probieren sie jetzt mal. Jetzt habe ich hier so einen blauen Vampir. Da sieht man den Fruchtgummi-Gehalt draußen. Und jetzt auch mal so einen gelben Kleid daneben. Wuuuuhuuhuuhu. Genau. Und Lakritz ist hier in der Mitte. Und jetzt testen wir einfach mal so einen Lakritz. Kommt hier. Ich freue mich schon drauf. Und... Diese Fruchtgummi-Kwambi-Kwambi und die Frucht... Also der Fruchtgummi. Also die... Die Frucht im Gummi. Also im Gummi. Die. Also hier. Im Gummi. Sehr angenehm. In Verbindung mit der Lakritz. Wenn ich jetzt hier mal drauf schaue. Oh, Gummi. Oh, die künstlichen Farbstoffe. Das sind natürliche Farbstoffe von den Vampirchen. Juhuuu. Ja. Und ich muss sagen. Die kann man essen. Da gibt es zum Beispiel... Hier steht es drauf. Die Utila Fledermaus ist mit Orange. Die Hortensia ist die Himbeere. Der Henry ist die Heidelbeere. Die ich gerade hatte. Das war Heidelbeer. Das ist die Zara. Die Zitrone. Dann gibt es noch den Arthur. Den Apfelfledermaus. Und den Edward. Die Erdbeere. Jetzt haben wir die Zara mit Zitrone. Wuhuuu. Ab im Mund. Wuhuuu. Mh. 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 Also, wenn ihr es testen wollt, kauft euch die neue... Also neue sind sie nicht. Aber die Haribo Lakritze. Vampirlakritze. Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung dazu. Und... Ich genieße jetzt noch ein bisschen. Mh. 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 Hier kommt ihr zum vorherigen Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Mh. Mh. Das ist... Das ist eine Geschmackserlebnis im Mund. Eine Geschmacksexplosion. Geschmackserkasmus. Mh. 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 M